So Leute, da bin ich wieder. Ich bin nur kurz eben aus Versehen auf diesen Knopf gekommen. Deswegen hat es beendet. Und wo war ich gerade? Also dieser Mod ist auch ganz cool. Wenn ihr mehr Mods sehen wollt, dann klicke ich einfach auf Daumen hoch. Ich suche mir dann ein paar Mods raus. Das mache ich dann über Blocklauncher, aber diese Mods, die ich jetzt habe, funktionieren auch bei Blocklauncher aber nicht so gut. Deswegen mache ich das hier. Bei dieser App MCPE Master, Minecraft Launcher, kann man übrigens auch Skins und Maps, Feeds, Mods, sehr klar, und so. Da kann man auch Mods importieren, aber die funktionieren da nicht wirklich. Also ich habe es einmal getestet, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Wenn es bei euch funktioniert hat, dann könnt ihr mir erst in die Kommentare schreiben. Ach, ich habe noch vergessen zu sagen, wenn man sich als Villager-Zombie tarnt, funktioniert das. Aber wenn man sich als Villager selbst tarnen will, dann kann man sich als Villager-Zombie tarnen. Das machen wir jetzt so. Ich mache diesen Stillskelett. Ich bin jetzt Skelett. Egal. Jetzt hier so ein Skelett. Spunndor. Spunndorfer-Wohnner, der rennt natürlich gleich weg. Warte, nicht funktioniert. Funktioniert man noch nicht. So, wenn es ist ein Zombie. Ja, schnell, aber ich bin schnell, guck. Dann bin ich jetzt ein Villager-Zombie. Aber in einer anderen Art. Also, die Villager-Button. Noch ein bisschen. Ich hoffe, der Bug wird auch bald aufgehoben. Dass ich den Mod nochmal verbessern. Aber da gibt es auch hier Mods, so wie. Ich zeige einmal ein. Hier Mods. Und das ist hier der Mod, den ich gerade hatte. Kann man übrigens auch ausschalten. Hier jetzt gerade nicht. Wenn ich auf Import und dann auf mein Mod.be drücke, gebe ich hier An- und Ausschalten. Da gibt es doch ein Lucky Block Mod, den zeige ich auch noch. Da gibt es ein Money Mod. Ein Command Mod. Hier so ein Super-Chair-Ceter-Mod. Und wenn ihr den spielen wollt, also wenn ihr auf manchen Mods angedrückt habt, dann auf ein Mod, Start the Game drückt, werden automatisch alle Mods aktiviert. und dann mit dieser Mod-Zeit spielen. Und dann steht da Today is Saturday, also Sunday, Sonntag, also ich hab hier mal einen Sonntag. Der Sonne schneit, also Sonntag. Ich erst, so. Dann können wir uns halt hier eine Treppe machen. Dann setzen wir halt drauf. Und so hat er auch angezeigt, dass wir sitzen und auf springen tippen, um die Lore zu verlassen. Aber ich sehe doch keine Lore. Ja, das steckt da drinnen. Die Lore steckt da drinnen. Das ist halt so auch mit Mod. Wenn ihr mit dem Lucky Vlog braucht ihr euch einfach einen Gold Vlog. Zack, 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 zack. Ups. Einen Moment. Zack, zack. So. Wenn ihr ein Survival-Wild, äh, äh, ein Survival-Seid, der spitze ein. Scheiße. Ich wurde in die Luft gesprengt. Warum sind sie denn immer jetzt so unlucky? Karotte. Ein Schwert und eine Schaufel. und eine Spitzsackel habe ich gerade gesehen. Eine Axt. Oder sind noch ein paar Emeralds. So. Dann machen wir, machen wir uns vier mal hoch. Zack, 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 zack. So. Und wieder eine Karotte. Das kann auch passieren. Da hatte ich ja noch Glück gehabt. Jo. Und den Mann und den Goldblock. Die A-Rüstung. Dann machen wir noch diese Dinge. Auch ein Creeper. Oh. steckt gerade ein Mob drin, ne? Nicht neue zur Hilfe! Ach, der ist tot. Und dann kann ich noch mal einen Goldblock. abbauen. Das weiß ich gar nicht. So, 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 so. Reparieren wir das mal. Ich habe auch Minecraft auf Xbox. Und da gibt es zwar hier Endportale. Kann man die ja bauen. Aber das einzigste Scheiß ist, da gibt es keine Schleimblöcke. Also, das ist, das ist, also Minecraft Pocket Edition mit Portalen und fehlt was. Da fehlen hier, also echt, ich dachte, Xbox hat mehr Items als hier, dieses Tier. Da fehlt auch hier dieser Comparator. Dieser fehlt bei Xbox. Da fehlen ein Skaldi Repeater. Äh, Comparator. Entschuldigung. So. Oh, da, jetzt haben wir eine Form. Hoffentlich. Ui! Hat ja nochmal Glück gehabt. Look up, genau. Sieh nach oben. Den Himmel, den schönen Himmel. Der Lucky Block Mod ist toll. Ist sehr toll. Sehr, sehr, sehr toll. Falls da keine TNTs rauskommen und so. Ist immer schade für die Menschheit. Stecken da drinnen. Stecken da drinnen. Ich laber nicht viel. Mann, ich wollte die Lucky Blocks abbauen. Mann. So, die haben gar nicht abgebaut, die haben. Das war natürlich. Mama 6. Ah, toll. Tschüssi. Tschüssi. Nicht. Dann kann man einfach hier, wenn man zum Beispiel 64 Gold hat. Oh, jetzt brauche ich eine Werkbank. Dann ist nochmal das Michel Regal. Kann man sich einfach hier, hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Lucky Blöcke. Jetzt meine Spitzsacke weg. Jo, na geil. Die Arrüstung. Ja, ich glaube, hier haben wir Mobs. TNT. Man. Sagen wir mal. noch zwei lakke blöcke und ja ernsthaft ein kleiner kripper fliegt ein kleiner kripper fliegt so und wenn ich hier jetzt mein video wenn wir noch mal einen stuhl damit ich mich hinsetzen kann bis zum nächsten video bei einer Map-Vorstellung oder so vielleicht eine Map-Vorstellung so was jetzt ist meine Band jetzt bin ich in der ecke ein kleiner kripper es naja egal so dann verabschiede ich mich hier wenn wenn euch das video gefallen hat macht einen Daumen nach oben und abonniert diesen kanal damit ihr keine videos verpasst und dann sage ich jetzt mal tschüss